hallöchen meine lieben freunde und willkommen zurück zum modpack let's play und ja ich bin jetzt nicht alleine zu gast ist jetzt gerade mal der gute plex die lp den kennt ihr ja auch aus meinem let's play together minecraft 1 17 1 und ja es haben sich ein paar kleine feine änderungen vorgenommen zu einen habe ich jetzt schildert wie ihr seht ich habe ein bisschen an mein haus am hintergrund weiter gebaut sind drei neue mods dazu gekommen zu einem weister uns also wir können jetzt so quasi portal steine bauen dann werde ich euch das auch im laufe des videos zeigen können wir uns jetzt auch auf möbel auf stufen und so weiter hinsetzen das ist jetzt möglich und wir können neue möbel machen aus verschiedenen hölzern also gibt zum beispiel einen schrank einen stuhl einem barhocker und so weiter das und vieles mehr kann man jetzt hier bauen hallo martin da kann jetzt aber da könnt ihr zum beispiel sehen man kann sich hier so auf die stufen hinsetzen und ja ich habe ich habe das mir zurück gedacht ich habe jetzt ein bisschen immer privat gespielt ich werde es auch immer so auch so machen ich werde mit dem guten black serie hier privat auch ein bisschen auf dem server spielen wir werden euch auch updaten was jetzt so alles neu ist was mir ein neues gebaut haben also sprich ihr seht hier wir haben unseren den garten ein wenig erweitert mit süßbären büschen und so weiter man kann auch solche boxen machen das seht ihr gerade das hinterm black serie p gut sie wird natürlich auch in der video beschreibung verlinkt aber jetzt öfters mit dabei ist wird sich zeigen ab und zu muss ja selber aufnehmen oder real life und arbeit geht halt vor ich könnte jetzt quasi hier eine dokumentation von dir machen wie ich dich gerade hier beobachte also hier ändert jetzt gerade auberginen wir haben aber schon raus und gefunden dass die gebratenen auberginen zwar gut sind aber wie ihr unten seht habe ich hier gefüllte auberginen da ist das rezept ist eigentlich mega einfach man braucht zuerst gebratene auberginen und braucht rohe auberginen dann kann man daraus gefüllte machen so und dann zeige ich euch erstmal alles was jetzt bei mein haus gebaut wurde dann zeige ich euch dem herrn von uns so sein haus also vom guten black serie p heißt hier noch martinshaus das muss ich erst mal noch mal umändern weil ist ja egal ob die leute wissen wie du heißt oder nicht aber ich muss jetzt trotzdem mal martinshaus nenne ich das haus ähm home von leckel lp speichern ist besser also von der karte wie ihr seht haben wir noch nicht so viel freigedeckt es ist einfach hier ich habe ein bisschen hier bin ein bisschen hier rumgegangen habe hier paar dungeons gefunden das ist hier zum beispiel einer das ist hier einer dass da hinten ist auch einer rechts davon ist ein dorf auch mit dem dansch mit einer windmühle hier unten haben wir noch nicht viel entdeckt wir haben ab und zu mal besuch von wahlen so und heim und heim und alles was zu ziehen alles was es in der unterwasserwelt geben kann in minecraft wo jetzt zeige ich euch erstmal wie gesagt mein haus da habe ich ein bisschen verändert hier habe ich ein erdblocking kaut mit ich eine falltür habe weil ich habe euch ja in der ersten folge schon erzählt dass es hier auf diesem server moment den namen habe ich auch mir nummer sagen lassen die abkürzung heißt ja som aber komplett heißt es einfach soll auf muspelheim wenn ihr schon mal bescheid wisst würde grüße gehen an den admin raus an die elvira an den karl und so weiter wird euch mal hier gegrüßt so und dann gehen wir mal hier rein also hier hat sich jetzt nichts großartig verändert außer dass ich hier halt noch eine truhe dazu getan habe ich habe hier die die truhen schilder schon mal hingemacht damit man immer auseinanderhalten kann was hier drin ist hier oben ist natürlich jetzt ja fressalien habe ich auch was vorbereitet für die aufnahme oder aufnahmen je nachdem wie viele aufnahmen wir kriegen also bis jetzt wurde gesagt also von art menschen hat sie schon der admin hat sich schon geäußert dass ihm 40 minuten recht werden für eine folge aber mal schauen was die anderen leute noch sagen sondern habe ich mich haben habe ich mich natürlich hier hier runter gebaut wie sie wie ich es jedes mal mache also ich habe hier hier ist mein minentunnel und ich habe auch eine tunnel verbindung also den tunnel habe ich gebaut und das schienensystem hatte gute black steel ep gemacht er kann das nicht sehr gut ich komme zu ihnen rüber ja ich sollte vielleicht ein weiter hinter sein dass ich die boost schien auch aktivieren dass dieses schienengeräusch immer so permanent laut ist und ihr seht es ist so eingestellt dass nur eine person auf dem server schlafen musste mit der tag übersprungen wird und ihr hört ihr hört der plexi hat gute laune apropos essen ist gut ich frage mal meine gefüllten europas schienen und der der da hört auf hier will ich auch in dieser aufnahme session noch was verändern weil da könnte man reinfallen und das ist nicht schön da würde sich der flex die öfters ärger auf die schnauze fliegt so klopf klopf so dann haben wir immer das haus vom guten flexi er ist oder kleine süßbären fanatiker wie man sieht ja liebes landstelle muss sein und hier hatte eine automatische schmelze gebaut die wird aber noch ein bisschen verfeinert habe ich gehört da kommt hinten noch trichter dran und ruhen damit der kohle rein geflossen wird kommt mal reingucken jetzt gerade aktuell glaube ich nichts drin aber ich kann jetzt hier mal richter reinschmeißen ich habe ein bisschen zinnerst dabei jeder das fährt jetzt hier rein wird hier geschmolzen dann geht es hier weiter in die truhe wir können ja mal eins beobachten da ist fertig und hier unten kommt der zinn bahn heraus wo jetzt noch mal eine andere sache wie ihr seht habe ich eine kupfer kupfer rüstung an und die bewirkt zum beispiel man die komplett an hat dass man zwei herzen mehr an leben kriegt und hier noch mal mein skin ihr könnt euch an der ersten folge ändern dass ich ja sagen wir mal pinke augen hatte gelb plexi pink augen hatte feuer die habe ich ersetzt jetzt durch graue augen oder silberne augen also mit real augen und habe den umhang blau gefärbt die hose grün und habe hier dieses diese kurzen immer sind einfach mal waffen würtel der quer über meinen brustkorb geht und hinten am rücken auch den habe ich golden gefärbt und habe auf die arme hd eingeschrieben das heißt einfach nichts anderes als nicht hatte ich weiß dass das heißt die finischen eigentlich weil es soll heißen holy diver damit ihr bescheid wisst so und was hat der gute plex die heute vor auf dem server er will er will er will ein geheimnis daraus machen verstehe so ich habe jetzt bloß vom gemüse weg ja ja ich muss jetzt wieder rüber zu meinen mein häusli ja zu meinem haus muss ich denn denn ich habe was vorbereitet ein bisschen am baumaterial weil ich den eingang vom guten plex die lp seine beziehungsweise ein und ausgang von der mine möchte ich ein bisschen verkleiden weil so kann man sich lassen da stimmt mir glaube ich doch der plexi lp zu ja das sieht einfach nicht gut aus sieht ein bisschen schäbig aus also sagen wir so wenn du versicherungsbetrug machen willst mit halsbrechen und beinbrechen ganz top so das habe ich nicht beim essen kurz mal reingestuft haben wir hier eine tür eichenzahntore dann fast drei stacks vertikale eichenholzbretter ich hoffe das funktioniert auch so wie es mir vorstelle ich habe noch nie mit solchen dingern gearbeitet da schreiben wir auch der habe ich auch schon da nehme ich einfach das ganze dach was ich schon bei meinem haus hatte und das kommt erstmal hier weg genauso wie das genauso wie die leiter das erz das eine kommt hier rein das glaube ich kupfer es auch cool es gibt einmal kupfer mit u und kupfer mit o copper erz englischen ja wahrscheinlich ist im englischen und nicht wundern wenn ich hier stein habe ich habe mir gedacht die die decke die wände werde ich so lassen wie es ist im boden werde ich irgendwann mal ändern durch wahrscheinlich durch bruchstein oder durch ein anderes gestein dann werde ich auch möbel bauen weil dank den guten atmen hier haben wir jetzt die möglichkeit ordentliche möbel reinzubauen dankeschön noch mal von meiner seite und vom herrn flex die lp auch dankeschön dass du dir die mühe gemacht hast noch mal die drei monster hinzuzufügen das finde ich wunderprächtig das habe ich bis jetzt sehr selten erlebt bei anderen admins von minecraft server so dann wollen wir mal rüber und fangen mal diese ich muss ganz ehrlich sagen diese kahlen bäume diese toten bäume die zwischen den anderen bäumen stehen die irritieren mich immer wieder und immer wieder ich denke mir dann ist das irgendeine skulptur oder was weiß ich ja und da ist ein dungeon den hat aber der gute flex tlp schon geklärt fast geklärt ganz oben sind noch hexen drin hier muss man halt irgendwie noch reinlegen so dann wollen wir mal ich hoffe das klappt mit diesen rettikalen stufen ja dann glaube ich muss ich den trampe weg sogar noch um eins noch mal versetzen das heißt der baum muss hier leider dran glauben weg damit nix hier mit einpflanzen die grünen pies werden mich hausen ne bäume einwachsen lassen ach komm ivo ist doch schnee von gestern bäume die bäume die machen sauerstoff braucht 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 auch kein menschen wir brauchen kein sauerstoff der leben von unseren ausdünstungen und das hat sich gerade echt extrem schwierig angehört ja das ist recht an der grenze und das youtube bitte nicht löschen ach quatsch aber doch nicht ganz ehrlich wenn sie die ganz den ganzen co die werden das husten so ein wort durchgehen lassen ganz ehrlich als nichts gegen die co die ich spiele selber co die also bei der wahl nicht dass ich gleich wieder eine angegriffen fühlt mal schon mal kann man daraus einen schuppen bauen oder einen übergang das möchte ich jetzt schwierig okay muss ich da irgendwie speziell gucken oder so immer dass das so quer auch geht ist auch nicht schlecht aber ich hätte es gern so wie der hier okay warum geht das nicht da muss ich da schleichen ich muss schleichen wie billig ist das denn ist nur so mein erster eindruck vielleicht gewöhne ich mich dran vielleicht vielleicht ist nicht böse gemacht ich find's cool okay verbinden tun die sich leider nicht vielleicht irgendwann wenn ich es kann also was gehört verbinden tun die sich komischerweise nicht also musst du halt wirklich am eck einen normalen blog setzen sonst funktioniert das net nein so will ich das nicht am spiel und vielleicht werde ich noch meine minecraft playlist mit hinzu addieren da gewöhnungssache ist alles nur gewöhnungssache freunde warum nicht für die mod will mich ein bisschen ärgern habe ich das gefühl nein will ich nicht so haben kommen auf der anderen seite ging es doch auch wo ist der trick dabei muss ich das unten anschauen nein ist ein bisschen komisch dem ort aber gibt aber geht schon ich sag mal so schön oder aus dem film was nicht passt wird passend gemacht und dem wegen sie natürlich auch noch ein bisschen falle umsetzen hier wieder damit ich hier arbeiten kann ja klar da musst du natürlich blöcke setzen sagen wie viele tolle habe ich dabei zwei ok nein so will ich es nicht haben also ihr seht schon ich werde mit dem ort hier mit der ok über die wird gleich angezeigt welche mod das ist warte mal vertikale stufen verti welcher mod ist das und der kuchen schon einmal von der mod quark oder quake keine ahnung muss aussprechen ich hätte das gerne bist nein ich hätte das nicht so ich will das seitlich man das spiel wirst du nicht kapieren ha böses spiel hast du dich gerade an süßbären gestoßen ach nee da hat ein fisch irgendwas gegessen hier geht mich ja auch was ich bemerkt habe es gibt ja auch tiere die essen gern andere tiere und das hört sich halt auch wirklich an als würde das würde gerade ein spieler futtern und ich merke gerade es wird nacht das heißt ich jetzt erstmal auf den normalen weg und später mal wieder ab und zu mal mit erschienen mit den schienensystemen und wir werden definitiv auch eine kolonie an anlegen aber ich habe mir gedacht unterirdisch nicht überirdisch sondern unterirdisch dass die dorfbewohner die wir da haben ihre ruhe haben vor den piraten und vor den barbaren dabei kann man jetzt aber auch nicht sicher gehen ob die barbaren zu schlau sind falltüren aufzumachen na komm ja ich will nicht also ganz ehrlich meine figur hat so den fetisch mit den arschbacken die leitung rauf und runter zu klettern ich stelle mir das kapitel vor muss aber sagen er muss aber dazu geben dafür habe ich dann ganz schön extrem starke starke arschmuskeln genau das ist mir gerade auch in den kopf gekommen da ist eine spinne es gibt normale spinnen habe ich bemerkt und diese helzigen spinnen aber die werdet ihr auch noch sehen danke für deine spinnen weben da habe ich der spinne gerade aus dem arsch gerissen gemacht auch bei dir war ein creeper so noch mal noch mal zur erinnerung meine lieben freunde auch die freunde vom lieben admin und familienmitglieder grüße gehen raus ihr könnt noch immer noch entscheiden ob es jetzt bei 40 minuten bleiben soll oder kürzer wird je nachdem länger werde ich nicht also schmerzgrenze sind halt bis bei mir jetzt ist die hallo zombie warum bremst du nicht heute schon sagen jetzt will ich mich was testen kann man auf diese vertikalen stufen zäune drauf machen wie zb bei den steinen mauern das würde mich jetzt mal brennend interessieren ja es geht aber mit einem kleinen nachgeschmack wie ihr seht also mal zum testen geht ja aber die schwimmen halber also muss es so vorstellen black steel die hälfte von den zaun ansatz schwebt in der luft ist ein bisschen schwierig aber kann man mal versuchen hat es ja selber merken bist du in der nähe gerade oder okay da kannst du nachher mal angucken es sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus weil man könnte meinen der zaun fällt gleich in die treppe runter so dann machen wir hier zack ich müsste geht das so jawohl so bis mir vorgestellt aber dann ja man kann auch die vertikalen stufen dann drauf springen das ist genau so habe ich mir gedacht oder machen wir noch mal geschicht zauern fertig er kann ich mir ja gleich anschauen kommen oder kannst du ja kurz mal zu mir kommen wir das immer an schon mit den zäunen oder gleich ja ach ich muss noch ausleucht ich hab's vergessen ja geht das wahrscheinlich muss ich gedrückt halten aber das mit diesen vertikalen stufen ist schon cool mit den vertikalen stufen ist schon cool aber häuser daraus bauen würde ich nicht weil das gibt ich kann mir vorstellen dass nicht nur die zäune ein bisschen komisch dabei auch darauf ausschauen stellt euch einfach vor die die zäune werden festgehalten von nägeln also da unten hier ebenfalls einfach mal die fantasie spielen lassen ich hoffe ich habe fantasy wenn ich würde es mich wundern warum hast du mir gerade das wort aus dem wund genommen weiß kann weiß kann genau das gleiche gedacht aber da habe ich noch eine kleine idee ich hoffe es sieht gut aus nein die definitiv scheiße aus okay dann geht das schon mal nicht ich habe gesehen wenn du hier reingehst schau wie die die zäune da an der seite da bist du raus gucken also in gucken also geht das hier gefällt mir nicht das ist zu spät ich warte mal ich habe ja noch ich habe noch eine akazien tür dabei war ja nur das waren die die waren ja nur zum test ich wollte nur sehen ob das mit so gut ausschaut dann habe ich jetzt hier mal als boden baumstamm hin ja okay ja schaut schon besser aus aber es hat halt wenn du die tür zu machst dann ist hier so aber das interessiert es ist so schlimm ja ich bin perfekt zunächst aber gut das musst du mir kommen ja in einem moment ich bin doch noch gar nicht fertig lass es bleiben ja ich bin beide verreckt nein aber der kraft liegt ja dann guckt ja raus warte mal so kurz kurz ein screenshot gemacht habe ich ja rechts ja oder so abbauen müssen ja aber nicht so auch zu spaß töten jetzt ist die frage der fragen geht das so das wäre auch eine idee warum bilden darauf nicht gleich gekommen kommt jetzt mit martin nervt nicht ich will nur was testen lasst mir doch mal mit denen doch das kann ja gar nicht mehr so übel werden das sieht gar nicht mehr so blöd aus ja jetzt komme ich mit damit du deine ruhe hast ich habe ich habe jetzt schon so parast und befürchte jedes mal wenn ich da hingucke zum meer das ein piraten schiff ankommt so weit zum glück noch nicht was ich jetzt hier als überweg gerne hätte hier schau da am wasser die rosen also so dann schauen wir mal was steht hier der süßbärenbunker du hast davon geredet es war ja auch mein vorschlag was noch cool wäre wenn du dann schärfer wenn du hier vier machen würdest dann oben noch einen drauf so viel habe ich jetzt noch nicht muss dann wieder hat es ja auch noch mal kann kann es ja noch erweitern dann so viel habe ich noch gar nicht ja wenn es wieder so weit ist so ich wollte nach was erleben was mich genervt hat oder nervt darf ich noch einen kleinen kleine idee zu den namen und sagen kannst du ja da kann ja auch die städter rechtsklick drauf machen dann kann man es noch mal ändern wie wäre es mit der süßbären vorratsbunker zu gewöhnlich so wie ihr seht habe ich das mit den baumsten war das jetzt eiche was ich da verwendet habe ja war ich jetzt zum glück haben wir hier eichenbäume in der nähe jetzt wissen wir jedenfalls schon mal woran war dann die tiere erstickt sind an herrn plex dps seine sterbeurkunden die herumfliegen also wieder so ganz scheinheitlich also von sich abwimmen will weiß ich habe gar nicht schuld ich bin nicht schuld dass die tiere da an meinem papier erstickt sind vielleicht ein bisschen weniger summen martin ja also ich habe jetzt nichts gegen singen oder summen aber ihr wisst schon ja ich finde das schön dass sich die bäume hier selber einpflanzen naja das ist wirklich gut praktisch so eine sache so wie viel habe ich jetzt an baumstemmen 28 meint das wird reichen mal gucken wie sagt man so schön probieren geht ihr bestudieren ja da gehe ich jetzt mal auf die andere weise zu mir zurück obwohl wenn du schneller bist als ich im bett das klingt auch schon wieder verkehrt das hast du gesagt das ist nicht mein problem ach was für probleme werde ich doch schon kriegen ganz ehrlich wenn man zweiteilig nicht denken darf in youtube dann ganz ehrlich dann bin ich hier falsch nicht dass bin ich nicht wenn der flere hätte so auf den gleichen weg wieder zurück wer weiß vielleicht schneide ich dieses diesen gangster satz einfach aus meinem video raus er weiß wir sagen schon was auf 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 was nicht sagen nicht sagen weiß und dabei ist es bei dabei ist das erstmal rolling und dann kann man auch den immer noch bearbeiten es sind was das angeht wirklich zu vorsichtig was ich das war die mutter der der blog tasse der blog porzellan ist er denke ein bisschen mein kraftlich weiß man ich sage ich habe es euch ja schon mal gesagt sogar meinen solo let's play mein kraft wird mich bis am ende meines lebens begleiten da komme ich nicht drum weg ja ist so ja ist so okay ich lässt ja auch nicht los ich überlege nicht sogar ob ich so ein minecraft lego bauset hole kannst du machen und das mal im stream weiß es auch zusammen klöppel ja er kann das kann das kann ich jetzt auch hier noch mal triggern es ist bereits entschieden was bei den letzten games als stream spiel rausgekommen ist und es ist aufgepasst turok 1 das bedeutet aber auch gleichzeitig dass ich auch turok 2 stream werde das man kann so schön was durch den kopf gegangen was ist das für ein langer was ist das was ist das für ein langer lulatsch keine so was also so sondern musik gerade im kopf gekommen sind gut dass das ab abgehakt war von dir ich mache ja gerade wildtier fütterung ja ich habe hier drei elefanten und den schmeiße ich jetzt die ganze zeit hier so sehr bringen hinzu ach so genug ist herumgespaßelt mit den elefanten aber wie der herr von uns zu flex hier gleich immer panisch schiebt find ich gut oh das fällt ja ich habe heute was nicht vergessen ja aber mach das nicht während der aufnahme nein ich muss aber noch vor 18 uhr muss ich es noch erledigen das war gerade bei mir ein gewaltiges standbild im spiel das liegt aber nicht an meine rechner an meiner grafiker oder sonst was das liegt am server das das ist also lieber lieber atmen du hast gemerkt wir haben hier ein paar problem ich hin dass du ab und zu mal leckt oder standbild drin ist weiß aber nicht woran sehe ich bin kein experte was server angeht so dein minen ein und ausgang ist fertig ich muss aber sagen das dach passt zu den rest eigentlich nicht komplett zu er war schon so ein extrem fettes chinesisches dach wo eigentlich für den tempel gedacht ist und dann so unten so ein kleines gerüstchen gerüstchen ja gerüst denkt schon wieder ein essen weiß röstchen ich hatte ich hatte halt auch nur zum zum mittag spagetti mit bratensoße ich habe damals ganz anders gedacht ja weil du auch du bist ach du bist aber nicht besser ganz ehrlich wäre ich dann wäre ich ja langweilig wenn ich anders wäre oder langweilige menschen sind langweilig okay ich will nicht wissen wieso zu diesem gedanken zug dass langweilig menschen langweilig sind dazu sage ich mal nix mein name ist hause ja 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 der name ist hause genau den kennen wir der ist nix neues das kann man eigentlich mit einer fischgräte machen wahrscheinlich nur knochen als knochen mir ja ja wahrscheinlich ja das ist halt ist halt einfach aus an qua aqua kultura oder kultura 2 mod was wollte ich jetzt machen jetzt habe ich wieder vergessen ach ja jetzt weiß ich es wieder braucht ein bisschen eisen ich hoffe immer dass drei stück reichen daraus würde ich nämlich eisenklumpen machen und aus diesen eisenklumpen sollte man eigentlich fackeln machen äh laternen machen können eigentlich eigentlich ja wahrscheinlich weil ich das hier drin habe geht das so nicht eisenklumpen ist mir war nicht zu viele dabei ja 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 mein gott ich habe ich habe doch das eisen ich bin doch rich bitch ernst jetzt das war spaß dein fucking ernst jetzt man muss doch ein bisschen scherzen damit die leute was zum lachen haben also ganz ehrlich wenn ich meinen ganz das ist schon besser holy aber wirklich ja aber ganz ehrlich wenn ich ganze zeit in meinem let's place immer ganz brutal ernst bleiben muss ja das sagte der kunstlehrer zu dir auch als er da ein t-shirt gesehen hat mit den aufschritten aufschritten ich bin ein nubi und du bist ein grubi ich bin ein grubi nein grubi grubi ist irg ja mach dir nur freunde unter den grubis interessiert mich das wenn die vor der tür stehen mit misstgabeln und fackeln dann sollte es dich vielleicht interessieren bis jetzt interessiert mich aber nicht geh weg von so nein aber meine jetzt wird schon wieder dunkel ey das ist echt manchmal schlimm ich geh jetzt trotzdem hinter und häng die laternen auf so und noch zwei minuten verbleiben von der aufnahme jup werde ich ja noch fertig damit hier so geht das jo so 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 also ich mache jetzt schon mal die abmoderation meine lieben damen und herren liebe leute von wohl auf muss muspelheim ich hoffe die zweite folge gefallen wie gesagt die zwei informationen wie gesagt ihr dürft ihr immer noch hier drum diskutieren sonst 40 minuten bleiben oder sonst kürzer werden die folgen und die leute die auch meine streams gucken wissen jetzt bescheid ihnen erwartet jetzt mal statt euro tracksmeleiter Turok 1 und danach Turok 2 ich danke euch fürs zuschauen abonniert diesen kanal aktiviert die glocke auch beim guten plexi lp ja das ist auf jeden fall ein muss viel spaß und ja mal sehen was noch uns so erwartet auf dieser riesigen riesigen modpack minecraft welt tschüss tschüss war das dein tschüss sagen ja ok tschüss 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 tschüss